es ist 3.05 Uhr und wir sind pünktlich unterwegs gott sei dank ja let's go genau herzlich willkommen Johannes und ich sind heute unterwegs wir machen einen Ausflug bei dem es geht möglichst viele Gegenstände auf seinem Kopf zu stapeln laufen muss es der Kessel muss brennen da wer bist ja was für eine schwule Stimmung war sehr witziger Ausflug ein scheiß Haus im Held wenn ich gewusst wie anstrengend das ist wäre ich daheim geblieben der Johannes hat sogar schon Sonnencreme aufgetragen der Angeber macht voll Spaß gell ja ist so hast nur dein Weißens im Gesicht hoffentlich ist das bald vorbei ist das anstrengend wo ist zweiergelände ich werfe dir Seilen ab ist sicherer haben wir Trittwechsel Trittwechsel zack total geil über Kreuz weggetreten bist du der Übungsleiter ich fühle mich ein bisschen so ich mach mal einen eigenen Film ich mach mal einen eigenen Film wie du beschreibst machst du einen eigenen Film? ja wofa das sehe da schatzebär dass ich mit dir mal auf den Berg stehe wenn ich drauf bin sie nicht wo das gibt schattzebär so ein bisschen Summit! Ich muss ein bisschen mehr in die Kamera heben, wenn es was werden kann. mit der Influenza-Karriere hier. Alles Gute, die da ist. Gut, gut. Oben ist leider der Wind aus der weißen Richtung. Jetzt probieren wir es hier mal. Wir haben ja hier einen Dummy. Ah, der Marsch. Das gehört aus zur Atemtechnik. Yeah, Gipfel! Good luck! Have fun! Ich glaube, es waren zu sehen. Auf! 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 Komm an meine Brust, mein Freund. Wie geil war das denn? Mega, mega, mega. Und es war ja butterweich. Es war ultra entspannt alles. Es war ja nur genutzt. Und der Meister hier jammert, weil es zwei Kilometer flach da hingeht. Wenn das für dich heute so anstrengend wäre wie für mich, würdest du gar nicht mehr laufen können. Muss halt mal fit werden. Muss halt mal fit werden.